Gut in Österreich. Ja, wie ist die Lage? Ich hab letztens ein kleines Update bekommen. Ist Lockdown bei euch, ne? Was geht? Ah, diesen Fangskin muss ich mir auch noch holen. Nussschnecke. Okay, füge ich gleich hinzu. Oh, wisst ihr was? Das mache ich jetzt gerade. Nussschnecke, was noch? Alles klar, Alex. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit deinem Bruder. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Mir geht's super. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder streame. Ich hab jetzt eine Woche nicht gestreamt. Ja. Ja. Mal sehen, wie sich die Zahlen entwickeln, oder? Das kommt ja immer auf die Zahlen an. Und Icefield, das lese ich gleich noch. Tschüss, Riese. Guten Morgen. Musst du früher aufstehen? Sieh das doch als Motivation, früher aufzustehen. Oh, dieses Gebüsch. Ganz ehrlich, dieses Gebüsch immer. Immer dieses Gebüsch. Immer dieses Gebüsch. Immer dieses Gebüsch. Damit hat sie, glaube ich, nicht gerechnet. Was macht die? Oh Gott. Was ist das hier für ein Luf? Oh Gott. Was ist das für eine Jägerin? Ich glaube, sie hat mich gleich. Oh, ich hätte mich so gern da hinten geheilt. Oh, ich muss da hinten zurück. Ich bin früher aufstehen. Äh, nein. Doch, doch. Das ist ein guter Grund. Dankeschön, Mipsoft. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Loop. Den Loop habe ich hier schon gezeigt. Okay, jetzt zeige ich hier diesen Loop hier. Oh, das ist ein ganz schlechter Loop. Das ist ein ganz schlechter Loop. Der ist gar nicht mal so gut. Der ist gar nicht mal so gut, dieser Loop hier. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Oh, okay. Ich kehre gleich zum Buhentotem zurück. Ja, Manuel. Gut, dass du aufpasst. Das ist sehr wichtig. Ich hoffe, dass du dich impfen kannst. Und dass das auch bald passieren kann. Ungeimpft ist es wirklich gefährlich. Okay, vier Gents. Nice. Oh, ich habe noch sehr viel von meiner Flashlight übrig. Das heißt, wir brauchen den Killer. Oh, da hinten ist er. Nice. Okay. Sie ist ein Mipsoft. Oh, Mipsoft übt mit der Taschenlampe. Ist mir letztens schon aufgefallen. Nice. Ah, sehr gut, Mipsoft. Hast gut gelegen. Oh, das war gut. Das war gut. Das war gut. Nice. Nice. Vielleicht kann ich ja was mit dem Schneemann machen. Oh, nicht gut. Wo ist der nächste Haken? Ist hier ein... Oh, da ist ein Haken. Ich kann gar nicht sehen, wo er liegt, oder? Ach, okay. Schon rübergetragen. Facecamp. Okay. Ich muss da ganz kurz... Und nochmal. Ich muss den Abo-Chat irgendwie einstellen gleich. Haben wir das Boon-Totem? Nice. Das Boon-Totem haben wir hier. Nice. Ich heile mich eben. Wann bin ich dran? Du bist in der nächsten Runde dran. Und wir brauchen noch einen weiteren Mitspieler, Leute. Also Ausrufezeichen join. Okay, Leute. Wir müssen... Ich wollte gerade sagen, wir müssen Manuel retten. Aber ich brauche eine Taschenlampe. Komm schon. Taschenlampe. Nice. Schöne Taschenlampe. Oh. Nice. Ich kann ruhig verletzt werden. Ich habe noch der Tat. Kann er nicht treffen. Oh, jetzt hat er mich. Okay, doch nicht. Nice. Ich muss hier auf jeden Fall weg. Ist zu gefährlich. It's too dangerous. It's too dangerous. Ah, ich habe keinen Dead Hard. Ich wollte Dead Harden. Nice, Jack Rieser. Ja, komm doch nächste Runde mit. Nächste Runde kannst du mitspielen. Sehr geil. Der Haken ist auf jeden Fall... Nein. Sie geht zum anderen Haken. Schade. Das war perfekt. Das Tor ist auf 99. Ich hing noch nicht. Das ist perfekt, Leute. Das ist perfekt. Macht einfach das Tor auf. Insta-Anhook. Und schon bin ich weg. Da sind wir weg. Wir kommen zu 100% raus, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Wir kommen auf jeden Fall raus. Nice. Nice. Und danke für die Flashlight. Manuel. Vielen Dank. Ich konnte sie leider nicht mehr einsetzen. Es tut mir echt leid. Ich hätte sie gerne nochmal eingesetzt. Hauptsache Manuel. Oh mein Gott. Kannst du eigentlich raus als Schneemann? Versuch's mal. Ich denke nicht, aber... Richtig romantisch. Ach so. Das funktioniert. Nice. Wie war's. Ich bin ja. Dopp. Herr wurde mal hier.